Musik Am Telefon hatte einer angeläutet und um eine Konsultation ersucht. Eine sympathische Stimme. Höflich, klar, exakt. Ich war gerade frei. Gut, er könne kommen. Sofort, wenn er wolle. Besten Dank, Doktor. In einer Minute sei er bei mir. Gleich darauf ist er da. Der erste Eindruck bestätigt sich. Es ist wirklich ein netter, frischer Junge mit etwas romantisch, strubbelpetrig aufgeplustertem Haarschopf. Braunen, allzeit zum Lachen bereiten, leuchtenden Augen. Gutmütigen Gesicht, sauber in Kleidung und Haltung. Was ihn zu mir führe, sicherlich keine Krankheit. Das sieht man ihm auf Hasenschuss weiter an. Nein, lachte er offen. Es sei keine Krankheit, die ihn zu mir bringe. Im Zeitalter des Papiers habe man ja gar keine Möglichkeit, krank zu werden. Da müssten, bei einem mittleren Schnupfenanfall, zuerst Papiere beschafft, Stempel, Unterschriften und Bescheinigungen herbeigebracht, der große Appetit der bürokratischen Verwaltungsmaschine befriedigt werden, dass einem derweilen die Lust samt dem Schnupfen vergangen sei. Er habe aber etwas vor, was der Zahl der verlangten Papiere zufolge äußerst wichtig sein müsse. Und unter den vielen Papierchen, die man hierzu abfordere, sei auch ein ärztliches Attest vermerkt. Deswegen komme er zwar vertrauensvoll, aber doch immerhin mehr dem Zwange folgend zu mir. Was denn das für eine Attestierung sei, und was er eigentlich mit seiner Person veränderliches vorhabe? Ein Schatten fliegt, kaum merklich, über das hübsche Gesicht. Über der Nasenwurzel gräbt sich eine steile Falte, und die Augen suchen die Ferne. Etwas gedehnt kommt es heraus. Er wolle heiraten. Nun, lache ich, das sei ein Unglück, das ein junger Mann wie er immerhin ertragen könne. Und wenn es auf der Welt nichts Schlimmeres gebe, dann brauche man sich nicht zu sputen, um in den Himmel zu kommen. Von dem hätten Jungverheiratete ja ein ganz mächtig Teil schon auf dieser Erde. Er lacht höflich. Etwas scheint aber doch nicht ganz in Ordnung zu sein. Ich bedeute ihm, dass zunächst eine Blutprobe gemacht werden müsse, neben anderem, und dass ich ihm sein Attest erst nach Erledigung dieser Präliminarien, was etwa vier bis fünf Tage dauern werde, ausstellen könne. Er ist einverstanden. Ich nehme ihm das Blut, und auf die Frage, ob seine Verlobte auch käme, meint er, sie lasse sich das Blut direkt im Laboratorium, wo sie Bekannte habe, nehmen, worauf sie sich zur Schlussuntersuchung bei mir einfinden würde. Mit einem aufmunternden Klaps auf den Rücken entlasse ich ihn. Da ist nichts zu sagen. Es ist ein sympathisches Kerlchen, aber hinter der je auftretenden Stirnfalte verbirgt sich eine Tragik. Das sieht man. Was? Das werde ich versuchen herauszubringen, wenn er wieder kommt. Am festgesetzten Tage stellt er sich pünktlich ein. Das Wartezimmer ist voll. Das Bild der Grippe-Großkampftage. Rechts und links von ihm sitzen junge Mädchen. Ich kann beim Flüchtigen öffnen der Sprechzimmertüre nicht erkennen, ob eine und welche seine Verlobte ist. Wie es an ihm ist, kommt er herein. Nett wie zuletzt. Ohne seine Braut, aber mit den schriftlichen Ergebnissen der röntgologischen Untersuchung für beide. Das Resultat bei ihm natürlich ohne die geringste pathologische Veränderung. Der Junge ist ausgezogen noch prächtiger, als er es schon in den Kleidern ist. Ein kerngesunder Mensch. Charakterlich, physisch und geistig bester Menschenschlag. Wenn seine Braut so ist wie er, dann wird das ein herrliches Paar abgeben. Ich sage es ihm lachend. Und wiederum zeigt sich auf der Stirne die ominöse Steilfalte. Ich stutze. Während er stummt durch das Fenster schaut, um meinem Blick zu entgehen, nehme ich den Brief, der das Röntgenresultat seiner Braut enthält, und öffne ihn. Gott, oh Gott, da sieht es böse drein. Kaum geheilte, doppelseitige Lungentuberkulose, Rippenfell schwer verdickt und verwachsen, Prognose unbestimmt, zu überwachen. Jetzt begreife ich die Falte auf der Stirne. Ich möchte ihn bitten, mir zu erklären, was da los sei, will aber zuerst das Mädchen sehen. Ich schicke ihn deshalb hinaus, um seine Braut hereinkommen zu lassen, bitte ihn aber, erst nach deren Untersuchung sein Attest zu holen. Er tut, und hereinkommt ein Geschöpf, dem der Tod auf der Stirne geschrieben steht. Sicher war das Mädchen schön, als es noch gesund war. Jetzt aber steht eine Gezeichnete vor mir, trotz ihrer großen, eindrucksvollen Augen, dem vollen, fast blau-schwarzen, kriechig-gescheitelten Haar mit dem schweren Haarknoten. Ich untersuche sie. Nach den klinischen Symptomen zu schließen, ist ihr Zustand viel schlimmer, als die Röntgenaufnahme erkennen lässt. Die wird nicht alt, das steht bei mir fest. Sehr wahrscheinlich so alt, als es gerade langt, ihren gesunden Ehepartner anzustecken. Ich kann nicht anders, als sie, nicht wahr, mein schönes Fräulein, auf ihre etwas angegriffene Lunge aufmerksam zu machen und frage sie, ob sie es wisse, wie es mit ihren Atmungsorganen stehe. Stumm nickt sie ein wenig mit dem Kopf. Ob sie glaube, dass es zu ihrem Vorteil sei, zu heiraten, jetzt zu heiraten und eventuell gleich Kinder zu kriegen? Wiederum das gleiche Spiel. Kein Wort und doch so berät. Der arme Kerl draußen dauert mich, und ich gehe, innerlich entsetzt, fast wütend, das bockige, kranke Ding eindringlich an. Ob sie wirklich meine, die Verantwortung übernehmen zu können, als Kranke sich an einen Gesunden zu binden, diesen unter Umständen selber krank zu machen? Keine Antwort. Sie sei also entschlossen, meinem Befunde zum Trotz, sich mit dem jungen Mann draußen zu verbinden. Jetzt ein entschlossenes, wie mir scheint, fast böses Kopfnicken. Ich stehe auf. Da sei ihr Attest, die medizinische Heiratserlaubnis. Ich hätte ihr, so wie das Gesetz es befehle, reinen Wein eingeschenkt über ihren Zustand und die daraus wohl sicher resultierenden Folgen. Ich hätte ihr nun nichts mehr zu sagen, wenn sie nicht selber ein kurzes Kopfnicken als Gruß und draußen ist sie. Erst andern Tags kommt der Junge zu mir. Stumm setzt er sich mir gegenüber. Ich betrachte ihn ebenfalls eine Zeit lang stumm. Plötzlich verbirgt er das Gesicht in seinen Händen, während ein krampfhaftes Schluchzen seinen Körper erzittern macht. Ich lasse ihn ausweinen und als es soweit ist, sage ich nur kurz, erzählen Sie. Und dann bricht es aus ihm heraus. Er wisse es genau, wie es mit Gisela stehe. Aber was wolle er machen? Er sei teilweise, wenn nicht ganz, an ihrer Krankheit schuld. Er habe sie auf seinen sonntäglichen Ausflügen in die Berge mitgenommen. Da seien sie einmal in ein schweres Gewitter gekommen und dann noch stundenlang tropfnass weitergelaufen. Sie hätte ihn gebeten, sogleich umzukehren, um sich umziehen zu können. Er aber mit seiner robusten Gesundheit habe sie ausgelacht und darauf bestanden, mit ihr weiterzulaufen. Und von dort ab habe sie angefangen abzumagern. Ein leichter Husten habe sich eingestellt und als man den Arzt konsultiert habe, da sei es halt schon weit vorgeschritten gewesen. Gisela habe nun den Wunsch geäußert zu heiraten und er könne nicht anders als diesem Wunsche nachzukommen. Trotzdem er wisse, wie es stehe. Er sei eben ein Mensch, der seinen Leichtsinn büßen müsse. Auch sei das nicht mehr als recht. Er habe dem Mädchen die Heirat versprochen, als es noch gesund und dazu begütert war. Seither habe ihre Familie pekuniäre Rückschläge erlitten und da halte er es doppelt für seine Pflicht, das gegebene Wort einzulösen. Ich drücke ihm stumm die Hand und versichere ihm, dass er ein Ehrenmann sei, würdig all meiner Hochachtung. Wenn es nicht anders gehe, dann solle er es in Gottes Namen tun. Was er vermeine tun zu müssen und ich wünsche ihm alles nur mögliche Gute auf seinem künftigen Lebensweg. Stumm scheiden wir voneinander. Zwei Jahre darauf begruben sie ihn. Er war im Sanatorium, angesteckt von seiner Frau, an Lungentuberkulose gestorben. Gisela selber ging es ganz ordentlich. Das Heiraten hatte ihr gut bekommen. Wohl deshalb ging sie schon sechs Monate nachher eine neue Ehe ein. Tag an Lungentuberkulose gestorben. Ich schizo mit ihm Musik 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 Musik